Man möchte, dass sich technische Systeme jeder Art in ihrer Funktionalität und in ihrem Interaktionsverhalten ganz individuell an den jeweiligen Nutzer anpassen. Und das können jetzt technische Systeme jeder Art sein. Das kann ein Auto sein, das kann ein Toaster sein, das kann eine Kaffeemaschine sein, das kann ein elektronischer Dienst sein, so etwas wie ein Buchungssystem, egal, irgendein technisches System. Und um diese Adaptivität zu realisieren und diese Individualität in der Funktionalität, braucht das System sehr viel Wissen natürlich über den Nutzer, über seine Vorlieben, über seine Kenntnisse, seine Präferenzen und so weiter. Und dieses Wissen ist allerdings komplett unter Kontrolle des jeweiligen Nutzers. Also er stellt es dem System zwar zur Verfügung, aber sehr bewusst, hat es bei sich sozusagen, auf seinem Smartphone zum Beispiel sicher, stellt es dem System zur Verfügung und auf dieser Basis ist das System in der Lage, die Funktionalität, aber auch sein Interaktionsverhalten an den Nutzer anzupassen, aber auch an die jeweilige Situation. Wenn wir uns also vorstellen, wir haben einen Fahrkartenautomat in der Bahnhofshalle, da ist es laut, da ist es nicht sehr sinnvoll, jetzt über natürliche Sprache mit dem Nutzer zu kommunizieren, sondern besser über andere Medien. Und das alles kann das System dann eben anpassen.